Aufpassen, dass die uns nicht sehen. Aufpassen, dass die uns nicht sehen! Geht da weg von der Kamera! Wer ist das in der Kamera? Hä, Emilio, der sch... Okay, jetzt geht's, jetzt geht's, jetzt geht's! Was ist denn? Den Ausgang! Oh, der Scheiße! Ich hab' den Namen nicht gesehen. 9, 4, 7, 2! 9, 4, 7, 2! 3, 9, 4, 7, 2! Wie lange brauchst du denn? The Partygoers are going to be flanked in the place. Firstly, the kid will be sent to level fun, and the Partygoers will try to have fun with the kid to cheer him up. There is a chance that the kid will be sent back to the front rooms, because it has suffered in others. So, was sind das hier, die Doku? So, Leute, nee, das ist ein entspanntes Level, glaub ich. Was müssen wir denn überhaupt finden? Den Ausgang, wie in jedem Level. Oh, 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 oh! Ich hab' hier den Raum gefunden. Leute, hier! Oh, hier! Leute, hier! Das bin ich, das bin ich hier! Der nickt! Ja, ich whip es aus! Ey, ich bin im großen Raum, wo seid ihr? Ja, das ist falsch, Bulpo, hier! Das ist falsch. Hier, Bulpo! Du musst hier rein! Bulpo! Komm, hier hin! Hier hin! Bulpo! Junge... Mach doch die Tür auf! Nein! Nee! So, ich speedrun das Ding jetzt hier so. Du speedrunst den Scheiß, ja? Du speedrunst höchstens zum Kühlschrank und zurück, Alter! Ein Tisch! Drei Stühle! Drei Stühle! Drei Stühle! Drei Stühle! Ich hab ne Soda oder so. Ja, Leute, hier ist ganz viel, äh, hier ist ganz viel Juice in diesen Tischen. Ihr müsst hier in die Tische reingucken. Hier gibt's richtig viel Zeug. Hier, Almond Water! Krasser Song! Yo! Yo! Freestyle jetzt mit Bulbe und Meer! Ich habe Geld und viel mehr! Du bist Jack! Ich bin Wack! Arne, du bist Wack! Und du bist Wack! Leute, hier sind Kameras auf dieser Map, ja? Die dürfen uns nicht sehen. Hier können wir die Kameras resetten. Und jetzt müssen wir aufpassen, dass uns diese Security Cams dort, hier zum Beispiel, hängt eine. Wenn die uns sehen, ist rum. Okay? Dann macht's Bumm und dann ist rum. Also, wir müssen immer resetten. Und jetzt müssen wir auf... Aufpassen, dass die uns nicht sehen. Aufpassen, dass die uns nicht sehen! Geh da weg von der Kamera! Wer ist unter einer Kamera? Herr Emilio, der Sp... Okay, let's go, let's go! Let's go, let's go! Was müssen wir finden? Den Ausgang! Ah! Oh Leute! Sind wir alle durch? Wir wurden nicht gespottet. Krass! Wir sind so cool. Wir brauchen das hier. Ui! Alter, ein Brecher ist ein Sack! Alle bitte durch! Aua! 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 Nee, warte mal! Hier müssen wir nicht lagen! Zurück, Leute! Zurück, glaube ich! Nein, wir brechen den Bett hier auf! Nein, 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 nein! Ich raste hier aus! Ich raste hier aus! Ich raste hier aus! Aua! Aua! Was war das? Oh, guck mal! Wo war der Sigma-Raum, Leute! Aua! Jetzt ist Sigma-Time! It's Sigma-Time! Let's get's Gimini! Let's get's Gimini! Junge! Nimm doch nicht alles weg, du! Eins für jeden von uns! Irgendeiner hat jetzt alle! Können wir die erstmal alle reseten jetzt? So, jetzt nix drücken! Jetzt nach dem Alter sortieren! Okay, jetzt dort, ja! Nein, nicht den! Erstmal hier! Erstmal hier ihn! Und dann... Welcher sieht älter aus? Der dort? Der dort, glaube ich, ist der zuerst! Der hier? Okay, warte! Der dort! Äh, nee, ich glaube nicht! Warte, wir müssen alle aktivieren! Gut, dann aktivieren den mal dort! Bitte! Und jetzt nicht zweimal drücken! Nicht zweimal drücken! Was macht der? Er drückt zweimal! Ich dachte, ich hätte das erste Mal verfehlt! Ja, deswegen hat's auch ein Klickgeräusch gemacht, ne? Ah, Felix! Super! Jetzt da drüber drücken! Ja, es ist besser so! Ja, das stimmt! Es ist besser, wenn das wirklich wenigere Leute machen! So, jetzt drück ich zuerst und jetzt drück du da drüben! Okay! Einer! Das war's auch nicht! Dann wahrscheinlich der Größe... Na, rückwärts! Er hier, dann... Da der? Ja, und dann da drüben! Huch, ich bin hinter mir voll! Ja, hier drüben! Junge, du stehst doch direkt daneben! Mach doch! Hä? Warum geht die Scheiß-Tür nicht auf? Kriegt eine Psychose, ey! Was soll der Scheiß? So, warte, jetzt ihn! Jetzt probier nochmal ihn da drüben! Hast du? Jo! Ah! Junge! Wir haben das erste Mal verfehlt falsch gemacht scheinbar! Bitte aufteilen! Warum sind wir alle drei an einem Ort? Junge! Oh, geh aus dem Weg! Hier! Wo seid ihr hin? Hallo! Hier in dem Gang! In dem Haupt-Gang! Okay, warte, warte! Ich stehe hier in dem Haupt-Gang! Ich leuchte! Ich leuchte! Ich leuchte! Oh! Ah, da ist er ja! Meine Sanity ist gerade am Abstürzen! Ich brauche einen Juice! Bringt der Juice über was gegen Sanity? Ja, hier! Rein! In den Elevator rein! Oh! Oh! Ah! Ja, sonst... Nee, nicht hier! Irgendwelche ... Ah! Ach! Ja, hier! I will! Ab in den Elevator! Hi, Bro! Oh! Ah, alles klar, Digga! Junge, dieser Jumpscare ist so un- ehrenlos laut, ne? Das ist böse Nein, 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 das Snickers-Monster ist hinter uns Jetzt rechts Das ist nicht das rechts, was ich meinte Das ist rechts Junge, dann sag doch links Oh, nee, oh, nee, Insanity, ich bin insane, Leute Ja, ich weiß, aber ich bin tot, bro Kann dieser Typ nicht einfach mal, keine Ahnung, sich irgendwelche Bilder angucken Oder ist die Insanity wieder unten? 1, 1, äh, 7, äh, 5, äh 6, 4, 6, 4 Aber es wird gespeichert, glaube ich Aber wir wissen den Code ja jetzt 8, 9, 4, 7, 2 Der Code ist immer random 9, 4, 7, 2 9, 4, 7, 2 9, 4, 7, 2 Wie lange brauchst du denn? Bist du geisteskrank? Geh weg, bitte, bitte, bitte Oh, Alter Und jetzt geh rein Allesamt Hier die Treppe hoch, bitte Ich sehe nichts Ich habe eine rote Tür Da solltest du nicht reingehen Das ist, glaube ich, das Nest von denen Okay, da bin ich tot Bist du tot? Oh, jetzt Nicht der Mensch Junge Digga Ich habe eine rote Tür gefunden Was macht ihr? Ey, das ist das Nest Geh da nicht rein Ich bin tot Sieht das hier gut aus, Leute? Oder also Äh, Leute, was suchen wir? Suchen wir nochmal Ach, den Ausgang Äh, wo ist der? Wie sieht der aus, bitte? Huch Oh, 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 oh Sass Keine Ahnung Ich bin lieber safe Ah, meine Meine Sanity Meine Sanity Ja, weil wir beide zur gleichen Zeit in das Level gekommen sind Huch Huch Renn, renn, renn Zum Bugspray Zum Bugspray Geht immer gar nicht Ja, ciao, Leute Sanity ist weg Sanity ist alle Meine Sanität Oh So eine dämliche Kacke In diesem Level gibt es nicht immer Mandelwader Was sollst du dagegen tun? Aufhören Aufhören Ich habe den Exel Ich habe den Exel, Leute Dafür ist ASMR jetzt ab sofort verbannt Junge Felix, du lebst doch Wie eigentlich? Ah Äh Oh, nee Ihr müsst beide flärmen jetzt Bitte einmal draufgehen, Leute So, Leute Wollen wir noch mal zur Station? Wer läuft denn hier mit normalem Speed lang? Deka Wer ist denn da so am Vorspringen? Hallo? Haben wir so noch alle? Oh, gerade beschwert ihr euch, dass ich nicht schnell genug bin Ja, aber was hast du gerade Hast du gerade gar keine Stamina mehr oder was? Ja, ich bin einfach an der Wand gelaufen Hast du keine Stamina? Hä? Ja, ich bin einfach an der Wand gelaufen Ja? Das stimmt nicht Junge, lauft doch, Alter Auf eure scheiß Taschen haben wir raus zugegeben Ja, ich kann mal das nicht mehr machen Ahhhh Ohhhh Ahhhh Ahhhh Los, rein, 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 rein Los, hier rein Los Oh, mein Gott Oh, mein Gott Nein, 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 nicht das Level Nein, nein Hast du die Musik, Emilio? Ja, natürlich Ja, natürlich Ach, mach deinen Arsch zu Geh weiter Fahr weiter, bitte Ne, ne Ahhhh Die Musik Unter die Tische müsst ihr euch verstecken, vor denen, ne? Vor diesen Ach, du wirst schon sehen, die sind echt sympathisch Ja, die sind echt richtig ekelhaft, die Dinger Nein, nicht patzen Nicht die Ballons platzen, okay? Nicht patzen Passt auf, Leute Junge, solche ekelhaften So, jetzt, 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 jetzt Junge, geh doch mal raus hier Ach, ein Flashlight Huch 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 Was will ich tun? Ja, weil du im Weg standest Hast du diese Musik? Solche ekelhaften Ottos Mach sie aus Sie ist in meiner Playlist Junge, die wäre ehrlich in meiner Playlist, wenn dieser Typ auf Spotify wäre Digga Die Run for your life Musik Wow Ich wurde gar nicht verfolgt Nice Okay, wo bist du jetzt lang gegangen? Ich bin hier in diesen einen Gang, der da Ah, bist du abgebogen links? Ja, ja Okay, ich komm Oh, scheiße, meine Sanity Ah Oh, oh mein Gott Guys, I must be low on Sanity Ich bin tot Wow, Digga Wow Ich hab nichts gemacht, warum wurde ich genommen? Oh, Digga Seid ihr geisteskrank, ich stehe hier Oh, wenn ihr jetzt hier sprintet, dann seid ihr nicht mehr am Leben, wisst ihr das? Oh, ne Ich überlege, ob ich die auf Felix locken kann Oh, oh mein Gott Was dann, ne? Oh mein Gott Oh mein Gott Liquid Pain Soll ich den trinken, Leute? Ja, safe Ne, wirft sie wie so ne Stress auflaufen Oh, mach ich das richtig legal Hm Wie alt bist du? Ähm Ähm Älter als du? Guys Fünfzig Digga Junge Könnt ihr ja damit aufhören Ich war's nicht Irgendjemand hat hier den Ballon gebombt Du hier, du hier Das war ich nicht Natürlich warst du das, ja Mirja war bei mir Leute, was suchen wir Spaß Ja, Pauli, was suchen wir Ahhhh Mach deine Ehre Weißt du, wir suchen den Geburtstagsraum, wo wir dann mit den Partygoern hier glücklich feiern können What happens if a little child enters the room? The Partygoers are going to be friendly to the child Unter den Tisch Unter den Tisch Unter den Tisch Digger Warum popst du den kein Ballon? Wenn dich ein Partygoer verfolgt, dann knallst du dir keinen Schokoriegel rein Dann versteckst du dich unter dem Tisch und du popst doch kein Ballon Meint den mitnehmen Den kannst du auch mitnehmen können, wenn die Partygoer weg sind Die nehmen den nicht mit Oh, GG So Leute, ich geh jetzt nicht ins nächste Level direkt Ciao, ich bin weg Ab in die Pool, Loops Tja Oh, hier kommt jetzt nur die Rutsche aus Ich rutsche jetzt hier oben, aber erst mal Hihi 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 Ich darf nicht Mann Ach so, weil Hermilio mich umgebracht hat So Leute, welche Rutsche nehme ich? Äh, grün Ne, rot Grün für Bulbe, mein Lebe, mein Bär Ich hab'n Echse Ein Feierhexe So'n Echse mit nem Schild Ja, schön Ja Wen juckt's? Nein, da war schwarzes Wasser Oh, warte, warte kurz, warte kurz Junge, würdest du in real life in schwarzes Wasser reingehen? Ja Ich dachte, das ist halt einfach nur der Schatten Aber anscheinend Der Schatten von was? Deiner Mutter? Was ist bei Felix? Das ist ne gute Frage Das können wir leider nicht wissen, weil wir ja nicht bei Felix sind Ah ja, hier bin ich gespawnt Hehehe Ach, warte mal, ich hab hier auch nen Hall Leute Oh, 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 oh Ja, 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 ja Das sieht nach Ausgang aus Und das sieht auch nach Level Run aus Das ist das Das ist das Das ist das Das ist das